... und in der Mitteraufbahn von Fredsbeug in den Vereinigten Staaten von Amerika. ... und in der Mitteraufbahn von Fredsbeug in den Vereinigten Staaten von Amerika. ... und in der Mitteraufbahn von Fredsbeug in den Vereinigten Staaten von Amerika. ... und in der Mitteraufbahn von Drsbeug in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wind ist ein bisschen schwirrig. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020